Befinden sich Pestizide im Tee? Ja, auch im Tee, im Endprodukt-Tee, denn Tee ist ein Lebensmittel, sind Pestizide nachweisbar. Der Gesetzgeber gibt dafür sehr harte, stark kontrollierte Grenzwerte vor, die von der Lebensmittelkontrolle, aber natürlich auch von den Großhändlern vorab in den Ländern schon geprüft werden. Sind diese Tees zu stark belastet, werden sie auch nicht eingeführt. Das ist gängige Praxis in Deutschland. Gefährlich sind Pestizide nicht. Das wüssten wir mittlerweile, denn die Lebensmittelkontrolle, mit der wir auch tatsächlich dreimal im Jahr Kontakt haben, ist da sehr auskunftsfreudig und gibt uns immer wieder Feedback, welche Tees eventuell auch zu stark belastet sein könnten. Das ist zum Glück in den letzten 30 Jahren bei uns, aber auch bei den Kollegen deutschlandweit äußerst selten der Fall. Tee ist daher wirklich ein sehr gut kontrolliertes Lebensmittel. Ich ha 130 podcasts. für die das schneiden añ zusammengeführt Jeans zum Beispiel Code 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 Redi,